So und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde League of Legends. Ja und ich hatte gerade ein Disconnect. Naja okay, ist schon ein bisschen länger her das letzte Video, ich muss mich jetzt relativ beeilen hier zum Buff zu kommen, ist ganz nett, ein netter Pull hier, es lag jetzt dezent, aber das ist mir jetzt relativ egal, netter Smite auch, ja sehr spezial, na dann, schnell für ein Spezial, die sind alle deutsch, irgendwelche Vierer Primates. Die gerne anscheinend bei Google irgendwelche Namen von Leuten eingeben, wenn da ein HD, LP oder sonst was vorkommen, naja, ist immer ganz nett solche Leute, haben immer sehr viele Hobbys, ist eine relativ spontane Aufnahme, finde ich immer ganz nett sowas. Alter, ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen. Und mein Red ist dann weg, das finde ich natürlich schon mal sehr Knorke. Ja, die Wölfe sind natürlich, äh, die Geiste sind natürlich auch weg, ist ganz klar, ich meine, was sonst, hat der Amumu ja kein Leben. Golems schätze ich mal aus, sie sind da, das ist ja krass. Na gut, muss ich jetzt mit Leben, natürlich als Master Yi, das ist natürlich auch ganz nett. Ich meine, man braucht keine Buffs oder Golems oder sowas, äh, als Yi, vor allem wenn man mit Fackel spielen will, das ist ja ganz irrelevant. Eigentlich kann ich jetzt schon weggehen, weil ich habe ja nichts mehr zu tun. Ja, kann ich backgehen, mir gleich mein erstes Item holen, was mir nichts bringt, obwohl, ne, die mache ich noch schnell. Und dann noch die Wölfe, und da ist gleich mal das First Blood. Die Deutschen haben leider verloren. Natürlich jetzt sehr traurig. Wir haben die Lacks erst bei 20 Minuten angefangen, ist auch ganz nett so. Aber eine schöne Abwechslung. Ah. Tschüss Lux. Tschüss Seth. Ganz nett. Also ich muss gleich mal sagen, also Master Yi ist jetzt nicht mein Main. Ähm. Ich hatte ein gutes Game mit dem. Deswegen spiele ich den jetzt. Ja. Ja. Und die Leute, wir machen ja irgendwie auch irgendwas mit YouTube, was weiß ich, ich habe das nicht ganz verstanden. Ist mir eigentlich auch relativ scheißegal, aber naja. Kann man nichts machen. So. Geiles Item. Schuhe. Ja, Schuhe sind mal geil. Jetzt wüsste ich noch gerne mal. Aber das finde ich cool, der Amumu hat ja meinen Red Buff ganz gemacht. Das war echt nett. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich von der Zeit ungefähr mal meinen Blue Buff ausgehen, dann spawnt mein Red. Ich denke, ich denke, wir haben den ungefähr zur gleichen Zeit da umgekriegt, dann vielleicht ein bisschen später. Aber so ungefähr zur Zeit mal ins Blues. Finde ich sehr nett. Vielleicht hat er doch erstmal eine Wölfe gemacht, denke ich aber nicht. Wenn das überhaupt der Amumu war, vielleicht was auch der scheiß Toplaner ist, denke ich aber nicht. Auf jeden Fall nett vom Rise, der hat da gut drauf aufgepasst, muss man sagen. Netter Mensch. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Da ist er schon wieder. Ja. Der dachte sich ja einfach mal, ach, ich komme mal vorbei. So, und jetzt rapen wir die. Ja, mein. Das war eine gute Idee. Das war jetzt knapp. Hat sie Set bekommen, ja. Komm, den kriegst du auch noch. Das heißt, Cooedowns und kein Mana. Egal. Passt schon. Na, oh. Gott. Herzinfarkt. Das, das, das war jetzt, äh, das sah jetzt aus, als wäre, ja. Egal. So. Und natürlich als Massi. Oh, ich kauf die falschen Sachen. Ich wollte auf Ferry gehen, na gut. Dann spüren wir heute mal ein bisschen anders. Gut. Naja, Ferry ist eh nicht mehr so stark wie früher. Oh. Okay. Und wo ist Lux gestorben? Hä? Wo ist denn Lux gestorben? Hä? Wo ist denn Lux verreckt? Hier ist Amumu's Leiche und wo ist Lux? Ach, mir geht Lux nicht Licht auf, wenn sie stirbt? Ach, was weiß ich. Ich kenne mich doch nicht aus. Drecksgame. Oh, Botlane wird hart. Oh nein. Ich werde hart penetriert. Boah, jetzt muss ich mich auch nicht beeilen, meinen Geist hier zu machen, wegen dem Lappen. Nur wegen diesem Arsch. Okay, da kommt doch nicht mehr ein Jungle. So. Ich hoffe, die haben jetzt nicht geglaubt, dass ich ihnen helfe. Ach, guck mal, Blubuff, genau zur richtigen Zeit. Ja, ich muss schnell die kleinen machen. Wenn ich die noch bekomme. Oh, da ist Amumu. Okay, da gehört der Meda-Blubuff. Ah, ich glaube, den bekommst du heute nicht mehr. Ich hätte den auch absnipe können, aber das wäre jetzt ein bisschen riskant gewesen. Kriege ich den noch? Wird jetzt ja wenig riskant. Ich weiß halt nicht, ob der Z-Ult hat. Ach, scheiß drauf. Ich würde es nicht riskieren. Hätte Z-Ult, wäre ich sofort tot. Hätte Z-Ult nicht, bräuchte er ein bisschen länger. Ähm, doch, ich gehe weg. So. Die ist halt einfach... Ich finde, die ist einfach, Ölige, ein bisschen schwul, wenn er nicht so die Chancen bekommt. Wenn er die Chancen nicht in den Arsch geschoben bekommt, dann... Muss, dass sie sich, in Anführungsstrichen, am Ende erarbeiten. Also, das Arbeiten, in Anführungsstrichen. Das Arbeiten kann relativ leicht sein, wenn man will. Solche Negativ-Sets am Anfang, das muss man einfach erwarten, wenn man Jio oder sowas spielt. Udia, keine Ahnung, sowas halt. Was jetzt nicht so viel gankt. Oder ich will allgemein nicht ganken, weil ich Menschen hasse. Deswegen, das muss man einfach bedenken, dass das passieren wird. Also, natürlich hat man gute Leute im Spiel. Das weiß ich jetzt nicht hier so. Dafür kenne ich sie zu wenig. Ob die einfach nur ein schlechtes Spiel haben oder so. Ach, guck mal, wer da schon wieder kommt. Guck, jetzt kommt er. Jetzt kommt er zum Red. Ach, ne, er hat er. Ha, lustiger Junge. Lappen. So, ist mir jetzt scheißegal. Ich bin griechend. Na, egal, wirf. Hauptsache, der Midlaner ist gefiedert und der Jungle von Gegner kriegt die Kills. Aber irgendwie sind die Kills schon relativ auf die Midlanen so verteilt ein bisschen. So vier, so von vier. Das frage ich mich auch. Das, ich weiß gar nicht, wie das geht. Was ist der Scheiße? Haha. Ja, wahrscheinlich. Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach ein scheiß Jungle bin. Daran wird's wahrscheinlich liegen. Ne, im Endgame wird das alles ganz anders aussehen. Vor allem, das ist ja so eine Caitlyn, die ist jetzt nicht so der Hyper-Carry. Als sie schon ein Hyper-Carry ins Gefiedet ist, so wie sie auch jetzt in die Richtung geht. So wie es jetzt auch aussieht. Aber das ist, einem Yi ist das egal, weil ich habe den Champion extra gepickt, weil ich mir dachte, ja, die haben jetzt nicht so viel direkte Stunt. Guck, du gehst ins Gegner-Team. Was, womit können sie dich sofort Stunt? Morgana muss erstmal die Kuh treffen, das ist nicht mal ein Stunt, ja. Die Ulti braucht ewig lange. Ähm. Und Amumu, der wird wahrscheinlich nicht warten, bis ich reinspringe und dann seine Kuh machen. Oder seine Ulti ist ja auch kein Stunt, das ist ja wieder nur ein Festhalten. Das heißt, wenn jemand neben mir steht, kann ich trotzdem auf den einschlagen. Das unterbricht nur. Ja, deswegen ist das super toll. Ich liebe den Champion nicht, aber naja. Könnte eigentlich mal ein Dread... Oh Gott. Okay. Okay, jetzt kommt die harte Penetration auf Death. Die haben mich nicht gesehen, das ist alles nur Illusion. So. Wo sind jetzt die Morgana hin? Shit. Ich hab so Ulti aktiviert. Ja, ja, ich weiß, die kommt ja. So, was war das jetzt? Also, ich weiß nicht, ihr habt Ulti aktiviert. War eine ganz nette Ult, kann man so machen. Muss man nicht. Das war auch schlecht. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade getan habe. Ich hab auf jeden Fall nichts Gutes getan. Jetzt kommt auch noch der Lappen. Kurz an, jetzt kommt es jetzt sogar noch eckleitet. Egal. Das war irgendwie, äh, richtig gut. Egal, im Endgame wird das alles viel besser. Im Lategame. Ich sag immer, Endgame kann auch warum. Äh, was kauft man sich denn mit die... Attack Speed. Ja, siehst du, die Lux, die macht das doch. Und ja, die Legs gehören zu einem richtigen Spiel dazu. Das sind Romane Legs. Boah, die haben ja alles hier schon wieder gemacht. Das ist doch asozial. Oh, das ist doch asozialer Vollmongo. Vor allem der 2-Level ist schon wieder über mir. Wie, wie... Ja, das ist doch eh gay. Weil immer, wenn ich Jungle spiele, spiele ich gegen irgendwelche asozialen, die immer Counter-Jungle hin. Sie denken, oh nein, das ist ein ganz schlimmer Yi. den muss man ganz schlimm, ganz schlimm behandeln und bla 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 bla. Bla 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 und bla bla. Weiter bla. Und da war er weg. Die haben auch immer Flash, ne? Da denkt man sich, Codan Reduction, so ungefähr 100%. Ist eine ganz nette Zahl. Jetzt ist natürlich... Nein, ich gehe nicht rein. Mit Lux würde ich mir schon weit überlegen, aber der ist jetzt eh... Ist der behindert? Oh, zack. Was war das denn jetzt noch für ein Schatten? Der hat doch gerade das Shadow gemacht. Und dann hat er Shadow gemacht. Jetzt hat er natürlich noch Flash, ist klar. Ist immer klar. Und tschüss. Dann fahre ich ab. Lol. Mein Kill, danke. So, das ist dann auch mein Kill. Das ist der... Da danke ich natürlich. Ist ganz nett. So. Und das sind diese... Ähm, hier Dings. Hier. Besondere... Oh Gott! Okay. Oh, da kommt doch eine Kate. Ist auch ganz nett. Was passiert, weil sie gerade nicht, weil es laggt. Aber... Noch mal ein bisschen abgefarmt. Ein bisschen heil noch. So. Das war doch eine ganz erfolgreiche Aktion. Sie empfohlen Gegenstände. Niemand kauft sie. Es ist zwar lustig. Extrem lustig eigentlich wirklich. Wenn du das genug mit der Texte hast, dass du halt immer wieder die koaktivieren kannst. Bestimmt witzig. Mit Trinity zu arbeiten. Bestimmt ganz cool. Aber ist einfach viel zu teuer, finde ich. Und jetzt mit je nicht das perfekte Aktion ist. Erhöht zwar dein Heal und alles. Ganz nett, aber... Wow. Da kaufe ich mir lieber Lich Bane. Und dann noch... Hier. Nasch was Zahn. Geil. Ich hab meinen Buff. Ich glaub gar nicht, dass das geht eigentlich. Ich hab das gar nicht gedacht. Ich hab zwar noch meinen Red, aber das ist egal. Ich nehm mir einfach trotzdem ein. Weil es jetzt kommt der Spaß wieder und ich nehm den sich. Oh, dude. You ain't doing shit, man. Okay, ich komm rein, okay? Okay, wir gehen los. Am Humor, oder? Der hat doch kein Flash. Der hat doch kein Flash. Der hat keine... Nein, der ist das Spinat. Wir müssen Caitlin töten. Da ist jemand. Wuii. Good job. Ich hätte den eh nicht mehr bekommen, weil er ein Set irgendwie gekommen wäre oder sowas. Oder so eine fette Sau. Ruhig bleiben. Oh Gott. Oh. Das war sogar jetzt für mich unerwartet. Das... Das war schön. Wo ist ein Lox hin? Ähm, ja. Nette Position. Ähm. Komm, wir müssen schnell in Fights. Komm, wir kommen jetzt hier auch schnell angerannt. Es ist zwar der Fight schon lange vorbei, aber die Homeguards haben sich einfach gelohnt. Ich farme wie ein Stück Scheiße. Ich mach gerne Kills. Ich bin useless. Ich sterb viel zu oft. Oh. Aber immerhin, ich decke die Feinde auf. Gesterben. Da. Wo ist Morgana? Okay, ich würde sagen, go, go. Musste sein. Damit der Schaden der Ulti möglichst gering gehalten wird. Das tötet mich nicht. Sag ich doch. Das hätte mich auch so nicht getötet. Ich hätte jetzt gerne gewusst, ob sie getroffen hat. Ich denke schon. Garner sieht relativ low aus. Ich hoffe, die haben ja keine Vision. Da reingehen kann ich auf jeden Fall schon mal nicht. Und der hat Vision. Und er hat Vision. Wie ihr erwartet. Ist doch immer scheiße, Alter. Warum die mal Vision? Und wir haben auch da Vision, aber nirgendwo anders. Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Na gut, was? Ja, was geht ab? Jo, guck mal. Ich hab meinen Buddy Thresh. Meinen Gangster-Rapper. Okay, jetzt wird's langsam kritisch. Okay, jetzt wird's langsam dezent kritisch. Okay. Ha, Morgana hat den Kehl bekommen. Lustig. Das war eigentlich noch das Beste, was ich draus machen konnte. Das war das Beste, was wir noch draus machen konnten. Noll. Ja, die Gegner haben halt ein paar Kills abgekriegt. Aber dafür sind halt dumme Scheiße. Ne, die haben halt... Guck, das ist wie... Leute, die so... So, keine Ahnung. Arm und schlau und dafür... Und die anderen reich und dumm. Die haben schon die Kills, haben schon das Geld, haben schon die Sachen und können einfach nichts damit anfangen. Sind einfach zu behindert zum Scheißen. Und uns ist es nicht gegeben, aber wir... Die Luchs haut da einfach den Scheiß. Nein. Man muss auch mal erst mal auf die Idee kommen, einfach mal herzudrücken. Das schafft nicht eher, ne? Warte mal, was? Warum sind die eigentlich wieder da? Hat der die nicht gemacht? Blubuff, 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 Blubuff. Ich will eigentlich gar einen Luchs geben, weil... Weil die braucht immer zu lange und dann wird sie gecatcht im Jungle und dann ist es tot. Was ist das, was... Ach, die haben schon wieder hier gewünschen. Das ist immer ganz witzig. Ich spasse mal einen Sterben, Luchs. Also reingehen möchte ich da relativ ungern. Natürlich habe ich den Kills gecurt. Habe meinen Liegen gegeben. Luchs gibt auch mal schnell ihr Leben. Lol. Das ist ja komisch aus. Ich dachte, dass er will sie nicht nehmen. Habe ich ja so oder so wahrscheinlich irgendwann verreckt. Luchs auf jeden Fall, weil Luchs hat ja jetzt eigentlich gar nichts gemacht. Also, schlechtes gemacht und ist trotzdem verreckt. Deswegen wäre sie wahrscheinlich so oder so verreckt. Da würde ich mich auch entstellen. Deswegen... Okay. Ich habe noch nie in meinem ganzen... In dem ganzen Spiel... Habe ich noch nie den Teleport eingesetzt. Und da hätten wir was auch, ne? Oh, schade. Aber die kriegt nicht, glaube ich. Komm, die kriegt auch noch. Boom. Ich mache schon wieder Worth. Ich hätte es gerne wiederbeleben dabei und nicht teleport. Ich habe teleport noch nie eingesetzt. Ähm, ja. So, ich fick jetzt die, äh, Caitlin in den Arsch. Ist ganz klar. Komm, die wird doch jetzt noch nicht über alle Berge sein. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wahrscheinlich genau in den Busch, wo ich gerade fast vorbeigerannt wäre. Da links. Schaue ich mir dann im Replay an. Wo die hin ist. Ja, da ist eine Falle. Die ist doch vorbeigekommen. Na, die Morgano weiß schon wieder, dass die hier bin. Die ist geistig krank, die über Wards. Die hat nirgendwo anders Wards. Warum können wir nicht mal in einem anderen Teil des Jungles fighten? Das sind null Wards, sind hier denn alle. Das Geist ist krank wie Sau. Ach, guck mal, wen haben wir hier? Oh, Mumu, nein. Krieg mir eh nicht down. Nicht in 10 Jahren. Ich würde auch gerne mal wieder in meinen Jungle fahren. Komm, wir töten den jetzt. Der will mal einen Red machen. Der will mal einen Red machen. Der kriegt den Jiga zu spüren. Gut. Vor allem der Rise hat sie angesprochen. Das Game läuft nicht so gut. Ich soll es nicht hoch... Also, ob ich das hochladen und so. Ich meine, die Looks... Die beider läuft es doch. Ich meine, warum nicht, ne? Ein paar schöne Olds. So. Läuft alles. Surrender, what the... Vor allem, die sind vier, ne? Das heißt, sie können einfach surrendern und ich kann gar nichts dagegen tun. Das ist nicht fair. Das ist nicht mal fair, Mann. Das, das macht mich jetzt voll traurig. Das, das ist nicht schön. Komm, nichts machen. Gott. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.